So, hallo zusammen, die Corona-Krise nimmt ein immer größeres Ausmaß an und jeden Tag kommen neue News und es bedeutet für uns auch als Kirche, jeden Tag wieder neu darauf zu reagieren und Dinge zu justieren. Uns ist total wichtig, dass wir gemeinsam wirklich auch diese Krise versuchen einzudämmen und zu verlangsamen und dass wir da auch positiv zu der ganzen Sache beitragen. Und zwar ist uns aber auch wichtig, es wird überall gesagt, hey, dämme deine sozialen Kontakte ein. Nein, dämme bitte deine sozialen Kontakte nicht ein, sondern dämme deine physischen Kontakte ein. Wir wollen schauen, dass du wirklich auch soziale Kontakte behältst und mittlerweile gibt es so geniale Möglichkeiten, durch Videocalls, durch solche Dinge, durch die Online-Community vernetzt zu bleiben. Unsere ganzen Small Groups finden jetzt online statt und ich möchte dich ermutigen, dass du da wirklich eingesteckt bleibst, dass du da in einer Gruppe bist, wo du weitergebaut wirst, wo du dein Leben mitteilst, weil zu Hause kannst du wirklich auch versauern. Und uns ist ein Anliegen, dass in dieser Zeit jetzt gerade, wo du alleine zu Hause bist, dass da du ganz besonders gebaut wirst, dass du in deinem Leben ganz besonders vorankommst mit Gott, dass du, das ist wirklich eine Zeit von Erweckung in unserem Land und unserer Christenheit und in deinem Leben ist. Und das ist uns ein Anliegen, dass wir da auch Material zur Verfügung stellen. Wir werden alle großen Events absagen, alle Schulungen, alle Dinge, die hier anstehen, aber wir werden jetzt im YouTube live enorm viele Dinge starten. Und zwar unsere Gottesdienste sonntags werden nach wie vor als Wohnzimmer Celebrations live stattfinden, aber nicht mehr, dass ihr euch in Gruppen trefft, sondern dass du zu Hause bei dir bist. Und dass du dann einfach dort auch selber mitfieberst und mit reingehst und dass du das auch teilst an deine Freunde, dass wir da wirklich mit am Start sind. Wir werden dazu auch anfangen, dass wir unter der Woche werden wir 20.15 verschiedene Angebote haben im YouTube live, wo wir zum Beispiel Bibelunterricht machen, wo wir dich mit reinnehmen, wie kannst du wirklich Freude am Beten haben und wie kannst du da ganz praktisch beten und so weiter. Wir werden damit unseren genialen Predigerteam und darüber hinaus dich mit reinnehmen und dich zu bauen, dich voranzubringen, dass es so eine unglaublich gewinnbringende Zeit sein wird. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das auch teilst, dass du da andere Leute einlädst, mit dabei bist, dass du abends deine Zeit nicht gestaltest als, jetzt glotze ich halt einen Film an, sondern dass du die Zeit nutzt als, hey, das ist was, wo ich mal zurückgezogen bin, um wirklich mit Gott Vollgas zu gehen. Und ich sehe, das ist wirklich eine Zeit, wo Gott Durchbruch und Aufbruch bringen wird. Auch möchte ich dich einladen, dass du Leute auch darüber informierst, über die ganzen Dinge, die passieren. Ja, weil manche Leute bekommen es nicht mit, manche Leute sind in keiner Small Group, in keinem Team und die kriegen manche Dinge nicht mit. Darum sag den Leuten auch in deinem Bekanntenkreis, was gerade so läuft und abonniere unseren YouTube-Kanal und kannst auch diese Glocke andrücken, dann kriegst du auch eine Benachrichtigung, wenn wieder was Neues startet. Dazu auch geh in unseren Telegram-Kanal, verfolge uns auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und so weiter und dann bist du immer top informiert und bleibst auch von Laufenden. Ich freue mich wirklich riesig auf die Zeit, die wir auch so gemeinsam in der Online-Community haben werden und wünsche dir alles, alles Gute, Gottes Segen, bleib gesund und lass uns beten. Lass uns füreinander auch so da sein und ich freue mich aber euch auch wieder live vor Ort zu sehen. Bis dann, macht's gut und ciao.